So meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer Runde The Culling Lightning. Okay. Also machen wir aus dir einen Bogen. Da. Und bekommen könnten wir noch einen Autoambus, wenn wir ganz viele Leute tröten. Das probieren wir natürlich. Oder ich mache mit dem C4 eine Rote auf, wenn ich eine finde. Sehr oft steht hier eine Rote. Ja, so langsam kennt man die Position. Kein Scheißernst. Geh weg, Mann. Geh weg. Kein Scheiß, Junge. Das ist mitgekriegt. Zack. Super Buschi. Das ist mitgekriegt. Jetzt kommt nach vorne. Ach du Lutscher, Mann. Alter, das ist ja noch schlimmer als bei Lemming, ey. Fickt euch, geht einfach, geht euch ficken, Kenners. Nicht jetzt, wir lassen es einfach nur rein. Ah! 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 Yes! Throne Knife Kill! Just like Dutch in Predator! Zweimal habe ich dich jetzt umgebracht, du Sack. So. Wo wolltest du mich jetzt hinlocken? Hier drüben? Ach, wo hast du das hingelegt, du Spacken? Dich ausrasten. Da müsste so ein Detektor dran sein, ey. Ich guck gleich drüben unten nochmal im Busch nach. Oh, Mann, Mann, Mann. Das muss hier irgendwo liegen. Hier haben wir Automaten. Naja. Viel Zeit hat er sie nicht irgendwo hier. Hier im Busch. Da, 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 da. Ah. Nein. Na gut. Hallali, und? Da hinten. Durst hätte ich nie gefunden. Ich weiß nicht, wenn man das C4 findet und abbaut, kriegt man einen neuen Auslöser, glaube ich. Warte mal, ich geh mal da drüben, gucken, ob noch mein Bogen da ist. Den ich dem Sack hier hinterher geschmissen habe. Irgendwo hier. Da. Na sowas. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade nicht so gut drauf, weil mich nervt das, dass die Leute wegrennen. Sonst einfach akzeptieren, dass sie scheiße spielen. Da wird auf jeden Fall drum gekämpft. Augenblick. Da wörter. Da. 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 Wörter. Dämmchen. Da. 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 Sicher, dass du das möchtest? Ich weiß nicht, warum ich da daneben geschossen habe. Kannst du haben, du Wechsel. Dann wird jetzt die Sache mal geklärt, ja? Fickt euch. Ey, komm, und den einen, der da weggelaufen ist, den zähle ich dazu. Lutscher. Der mit einem HP ist er davon gekommen. So. Bin ich ein bisschen salzig. Ich hasse dieses Hinterhergerenne. Und der ist auch nur weggekommen, weil der Linke mit seinem beschissenen Giftbogen auf mich geschossen hat. Der Blaugun, jetzt habe ich es. Oh Mann, was eine Runde. Ja, tut mir ein bisschen leid. Da bin ich immer so... Alter, akzeptieren, dass ihr das nicht könnt. Und dann tut mir das auch leid. Und das ist eine Übungssache. Aber... Das ist so nervig. Und der eine ging mir ein bisschen auf den Senkel da drüben. Der mit der Blaugun. Der war so gut wie tot. Läuft weg. Heilt sich. Kommt wieder. Und dann stirbt er nochmal. Und dann versteckt er auch noch das T4 so, dass das Kenntnis auch findet. Weil es sowieso keiner benutzen kann da hinten in der Ecke. Na gut. Egal. So. Jetzt aber genug. Ich will nämlich noch eine andere Runde spielen. Und zwar normal. Ja. In einem normalen. Nicht salz vorbelasteten. Also. Jetzt genug gelabert. Sowieso Blödsinn. Meine lieben Freunde. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Schönen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch. Und... Bis dahin. Macht es gut. Euer Midnight. Ciao.